Good job! Nice job! Weil wir uns beschafft haben. Ja, scheint eins von diesen komischen Leuten zu sein. Die hat anscheinend Angst. Und warum sind hier nur weibliche Leute? Weil wir hier voll im Pornopalace sind. Ach so, das kann natürlich sein, ja. Alter, wie groß ist denn das hier? Auf jeden Fall größer als die Wohnung Womax. Genau, die Womax-Wohnung. Aber ich sage mal nichts zur gestrigen Dead Space Aufnahme, ne? Der menschliche Körper ist ja voller Adern. Bla bla bla. So. Kommt, das kommt auf unsere Strichliste, die wir ja eigentlich mal führen wollten. Irgendwann mal. Wir wollten mal eine Todesstrichliste führen bei Dead Space. Eine Todesstrichliste? Ja, wer öfter gestorben ist. Ich glaube, ich liege vorne. Mit 3 zu 2. Nein, ich... Ich, äh... Meinte jetzt irgendwie und eine... Stehen wir gerade? Ja. Ist richtig. Ich dachte schon, das Spiel ist abgehängt. Äh... Hat sich aufgehängt. So. Das Spiel hat dich abgehängt. Jedenfalls, ähm... So eine Liste wäre sich wie oft blamiert. Ach so, eine... Eine Gummipunkte-Liste. Ja, ja, genau. Jetzt komm, jetzt. Ich hab doch nur gebremst. Ich hatte den, glaub ich, mit Womex. Das kann natürlich sein. Äh, wo fahr ich hin? Wo willst... Ich wollt grad sagen, wo willst du eigentlich hin? Ich hab gerade mal gebremst, damit wir uns orientieren können. Such uns mal was Schönes. Okay. Mach das. Und, äh, während du suchst, äh, muss ich hier mal parken und gucken, wo mein Handy liegt. Äh, vielleicht auch nicht hier stehen bleiben, weil ich ja den Timer stellen muss und... Sollte vielleicht gucken, wo ich hinfahre. Verdammt, wo liegt denn jetzt mein Handy? Tja, ja. So ist das. Ähm. Ähm. Hm. Oh. Der hatte ein stärkeres Auto als... Wie wir. Oh Gott, als wie. Als wie wir? Als wie, das ist so übel. Heftige Nummer, ey. So, da fahren wir. Fahr mal. Geradeaus auf der Straße. Da ist noch ein, ähm, Klamottenladen, den wir uns kaufen können. Aha, okay. Muss hier vorne gleich an der Ecke sein. Aha. Oh ja, da. Das stimmt. Dann verstecken wir uns da drin gleich mal. Oh. Oh. Nehmen wir hier. Für Saale. Für 10.000. Alter Schwede. Da hast du ja auch einen Lederladen, ne? Ui, 60. Das gibt's bestimmt, äh, bestimmt gut. Habe ich jetzt gerade gar nicht geguckt, wie viel der pro Stunde bringt, weil, äh, mir die Cops so hinterher waren. So, jetzt habe ich hier mein Handy offen und geh mal kurz los mein Handy suchen. Ach, wie geil. Hier gibt's so schöne Sachen. Ich hab's wohl unten liegen lassen, da will ich jetzt nicht hingehen. Dann muss ich auf Outer City achten und, äh, so ein bisschen die Uhrzeit anpeilen. Muss gehen. Oh ja. So. Äh, Verbesserung guck ich mal eben. Fähigkeiten. Geil, gibt's hier lustige Klamotten. Okay. Handgelenksbänder. Ja. Ach, wir wollten ja auch was, äh, machen. Boah, aber... Naja, egal. Ähm... Was gibt's denn hier für... Was, was denn, was denn? Ist das geil, Alter. Ist das geil, Alter. Ist das geil. So, ich finde hier überwie... Guck dir bitte diese geilen Anzüge an. Anzüge... Anzüge, okay. Die Outfits... Oktoberfest für Lack und Leder. Ey, eigentlich müsste man das anziehen. Eigentlich müsste man das machen. Oh, 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 oh. Ähm... Ähm... Ja... Oh, Mann. Wollen wir das tun oder wollen wir's nicht tun? Oder verfolgen wir immer noch unser Ziel, was wir mal vorhatten? Nee, komm, nee, komm, machen wir für die Folge, machen wir das jetzt. Okay, ich weiß noch nicht, welchen ich nehme. Ich hab... Ich hab was gefunden. Oh mein Gott. Eigentlich... Es... Es tut mir leid für jeden, bei dem sich jetzt die... Zehennägel hochkrempelt. Es, äh... Tut mir wirklich aufrichtig leid. Ähm... Ich weiß ja noch nicht, welchen nehm ich denn hier? Nehm ich den? Oder den? Es ist sogar ein... Ein Halsband dabei. Das ist ja... Uh, ist ja allerliebste. Oh Gott. Äh... Verbesserung war ich am Gucken gerade. So ganz nebenbei. So, Gesundheit. Gesundheit, Regeneration 3 ist zu teuer. Jetzt hab ich das ganze Telefon zugemacht. So ein Mist. Schaden... Schadenkugel. Hä? 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 Äh... Hä? 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 allein ist das geil. Hä? mai? Du hast einen Reißverschluss vom... Ja, ich bin hier der unterwürfige... Bleib mir weg von meinem Rock. Ja, so ein Leder-Ninja, also komm ich mir vor hier. Du bist nicht wertvoll. Okay, wo gehen wir? Ich hab keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ist hier vielleicht noch was in der Nähe, was man kaufen könnte. Ich gucke mal. Wie viel habe ich denn noch? 17.000. Oh, Panzer-Vandalismus haben wir hier. Und eine unbekannte Aktivität, die Straße runter. Einen Panzer-Vandalismus hatten wir in der letzten Folge erst. Den würde ich mir aufsparen jetzt. Okay, dann ist eine unbekannte Aktivität direkt vor uns. Komm Schätzchen, steig ein. Gut. Oh ja, da. Ähm. Auch noch mit dem Herzchen, ich glaub's ja nicht. Okay, diese Folge ist... ...ne Eskorte. Egal, komm. Ja. Gut, gut. Machen wir. Gucken wir einfach mal. Ich glaub, diese Folge ist aber FSK 18. Du fährst? Ja, hier ist sie ja wieder hinten vor uns. Siehst du? Ja. Gönne deinem Klienten irgendwas. Ach so, Lust und Bildmaterial. Ach so, den müssen wir jetzt einsteigen lassen. Was? Findet ihr die besondere Stelle und trifft sie? Ne? Was? Ich hab hier so ein... Was ist das denn hier? Bildmaterial? Was wollen die denn? Muss ich jetzt von dem wegfahren, oder? Ach du Schande. Was? 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 Hä? Ich glaub, ich muss von denen abhauen, oder so. Kann das sein? Ich weiß wirklich nicht, was ich hier gerade tue. Was tust du denn? Ich muss die Maus bewegen und dann Pfeiltasten drücken und dann stöhnt der. Das heißt, du befriedigst gerade ein NPC. Du Nutte, du billiges kleines Flittchen. Und ich muss euch hier hin und her rumkutschieren. Oh mein Gott. Der Kunde möchte, dass du zwei Fahrzeuge in Folge... Weiß ich nicht. Da. Okay, was mit zwei Fahrzeugen? Ja, ich... Äh, da. Ich hab jetzt irgendein Fahrzeug weggebasht. Ich weiß nicht, ob das dein Plan war. Ich konnte es leider nicht so schnell lesen. Ups. Hm, ähm. Oi! Naja, gut. Wenigstens habe ich dieses Kleid an. Entsprechend. Aber ich glaube, ich verkacke es die ganze Zeit. Äh, das taste delicious. Äh, das taste delicious? Was? Spezialdreher. Spezialdreher. Okay. Ich hab keine Ahnung, was ich tun muss. Scheiße. Hast du denn eine Sicht im Auto drin? Nein, überhaupt gar nicht. Ich muss die Maus drehen. Ach so. Also, du verfolgst, wie ich hier rumfahre, oder was? Jaja, ich bin außerhalb des Autos und krieg dann so eine Maus, die sich irgendwie bewegt. Und... Jetzt, ähm, ja. Scheiße. Ich bin voll vom Militär verfolgt. Ich kann leider, glaube ich, nicht schießen. Nee, kann ich nicht. Aber die Lust ist maximal. Ja. Und jetzt... Ach, wir waren in einer Verbotszone. Ja, ich bin da aus Versehen wohl reingefahren. Ach, hey. Okay. Jetzt wüsste ich nur noch gerne, wie ich da jetzt zu unserem... Ich mach, ich mach die Karte auf, warte. Ach, scheiße, wir brennen. Fuck. Verdammt. Naja, wir sollten vielleicht nicht in eine Verbotszone reinfallen. Hast du eigentlich ein guter Plan? Lass uns das mal weiter verfolgen. Gut, gut, gut. Wer kann das denn ahnen? So. Gönne dein... Äh, ja. Und halte die Paparazzi vom Auto fern. Ah, ja. Hallo, Kunde. Ups. Was hast du die Kundin? Ach so. Ich glaube, es ist aber eine Sie. Ja, es ist eine Sie. Das ist also nicht ganz so schlimm. Dann befriedige ich wenigstens keinen männlichen NPC. Das ist schon mal gut. Und du? Da ist eine besondere Stelle. Ah. Ich glaube, ich hab's raus. Man muss gar nicht so viel die Taste spammen. Okay. Sondern man muss sie nur einmal richtig treffen. 750 Punkte musst du Schaden anrichten. Okay. 266 Punkte. Fahr doch mal irgendwo gegen. Äh, Straßenlaternen zum Beispiel. Ich, äh... Oh, jetzt hakt's gerade ein bisschen. Und vielleicht nicht unbedingt am eigenen Auto den Schaden anrichten. Oh. Man merkt doch, dass ich noch die Folge Minecraft für heute hochlade im Hintergrund. Du hakelst so ein bisschen... Ja, bei mir ist auch gerade so ein bisschen ein Leck. Ja. Donner ihm noch hinten rein da. Richtig kräftig hinten rein. Sofern du rankommst. Oh. 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 Jetzt hat's uns gerade irgendwo hingeportet. Ja, ich hab auch ganz lange keine Verbindung zu dir gehabt irgendwie. Hm, okay. Hast du gut gemacht. Aber es gab Bildmaterial. Oh, Mist. Da ist die besondere Stelle. Okay. Verstehst du mich noch gut? Weil ich verstehe dich gerade ziemlich schlecht, muss ich sagen. Ich verstehe dich erst rein. Okay, dann macht das ja nächstes Teil. Das ist eine schöne Folge, die du hochlädst. Ja, jetzt hast du gerade ein klein bisschen gehakelt, aber naja. Es geht schon einigermaßen. Gucken wir mal, dass wir nach der Folge dann vielleicht eine Aufnahmepause machen. Töte die Zielperson. Ähm, ich mach mal die Karte auf. Jo. So, wo sind wir denn? Da sind wir und die Zielperson ist da. Äh... Ich muss erst mal eine Brücke finden, ne? Oder ich fahre einfach hier rum. Scheiße, zu früh abgefunden. Ja, du musst, du musst wenden, wenden. Jetzt verstehe ich die Karte gerade nicht. Wohlang? Ähm... Im Grunde umdrehen. Warte, oh, rechts. Ja, die Straße ist richtig. Jetzt wurden wir gerade ein Stück irgendwo hingeportet. Du musst an der nächsten möglichen Möglichkeit rechts. Ich krieg immer nur gar nichts gesagt und plötzlich... Nochmal rechts. Das ist dann alles so wahr. Nochmal rechts. Naja, nach der Mission, das hat so keinen Wert. Nach der Mission machen wir nochmal eine Aufnahmepause. Scheitert. Komm, Spieler getrennt. Äh... Verdammt. Ähm... Ja gut, dann ist diese Folge jetzt halt ein bisschen kürzer. Wir haben aber trotzdem eine ordentliche Folgenlänge erreicht. Und dann gucken wir mal. Wenn der Upload nicht zu lange dauert, nehmen wir nachher nochmal weiter auf. Und ansonsten... Äh... Machen wir morgen weiter. Okay? Jawohl. Dann bis zur nächsten Folge Saints Row. Tschüss. Dein. Ciao.